Hallia Leute, das Spiel werdet ihr sicherlich nicht kennen oder die wenigsten von euch. Und zwar will ich hier mal ein kleines Let's Show von einem Game machen, was ich auch mal früher Let's Played hatte, aber da habt ihr mich nicht gekannt. Ich glaube, da hatte ich wie viele Abonnenten? Noch nicht mal 10, glaube ich. Und ich habe mir das einfach mal wieder gedownloadet, kostenlos. Ich werde die Beschreibung einfach mal in den Link tun. Und, ähm, wer weiß, vielleicht wird es auch irgendwann mal LP'd. Und ich mache hier mal alles ein bisschen leiser, alles okay, okay, ja. Und wir machen mal ein Online-Spiel. Oh, Germany. Berlin. Oh mein Gott. Bin doch kackegal. Geht einfach hier eine Blutwurst rein. Hä? Das check ich irgendwie nicht. Ähm. Was ist Trackmania? Trackmania ist ein Rennspiel, was, äh, wo man selber Strecken bauen kann oder machen kann. Ich glaube, ich habe auch mal meine eigenen Strecken gespielt. Ich habe das gar nicht richtig Let's Played. Ja, genau, stimmt. Ähm. Machen wir einfach jetzt mal ein Solo-Spiel, um euch das einfach jetzt mal zu zeigen. Wir wählen weiß aus. Hier sind überall verschiedene Strecken. Ich wähle jetzt einfach mal weiß aus und wir zocken einfach mal die erste an. Hier ist die Störung nochmal für Leute, die es nicht wissen. Hier fährt man. Neustart. 1, 2, 3 Sicht ändern. Einfach eigentlich hier nur mit den Pfeiltassen lenken. Ist nicht wirklich schwer. Und jetzt nochmal hier die Zeit, wie viel Mann für welche Medaille braucht. Und ich habe jetzt Gold eingeklickt. War das jetzt wirklich schlau? Ich bin mir nicht sicher. Jo. Ich werde mal die Maus irgendwie raus tun. Wir kämpfen hier jetzt. Ich werde nochmal was hier umstellen. Oh Gott, ist das nicht ein bisschen laut? Na egal. So, wir müssen jetzt hier gegen den kämpfen. Ich hoffe, man, das ist jetzt nicht zu laut. Und ja, man merkt, ich bin richtig schlecht. Und wir werden auch nicht gegen ihn gewinnen, denke ich mal. Ja. Okay. Das war leider nicht so gut, aber ich würde mal sagen, zwei Medaillen haben wir schon mal bekommen. Dann noch die Punkte. Kann man immer sehen, wie wir gefahren sind. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal die nächste. Ja, äh. Ist halt nur eine Demo, glaube ich. Aber die kann man auch, äh, solange man will und online zocken. Alles mögliche. Und es ist eigentlich ganz lustig. Ich hab's früher auch gerne gespielt. Und es wurde auch wirklich gerne geguckt, eigentlich. Äh, ob ich daraus irgendwann mal ein Let's Play wieder machen werde, oder sowas in der Art, das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Dann müsst ihr mal die Sterne fragen. Wir wissen das ganz sicherlich. Ich bin so schlecht, ey. Der ist so gut, der Typ. Ach, das war die Strecke schon. Okay, ich war fast eine Sekunde Lärme. Mehr kann man zu Track, Track, Mania jetzt nicht so sagen. Und ja, ich wollte es jetzt ja auch nur Let's schauen. Mal gucken, so ne. Und Strecken sind halt alle selbst gebaut und sehen alle sehr interessant aus. Muss man dazu sagen. Am Anfang sollte ich glaube ich mir Gas geben. Yep. Ich mach dich kalt, mein Kumpel. Yeah. Abgeh die Post. Whee. Ist eigentlich ne Übungssache, das Game. Und wir sind Erster geworden. Yeah. Ne Sekunde schneller als er. Und Gold mit nach Hause genommen. Gibt wieder ein paar Punkte. Sieben Medaillen haben wir jetzt schon insgesamt. Ich würde sagen, zwei fahren wir noch und dann ähm joa habt ihr da bestimmt erstmal erste Eindrücke von Track, Mania. Dun, dun, do. Da, do. Dann kann sich Track, Mania auch natürlich kaufen. Und die Dinger geben Boost und oh mein Gott. da ist mein Sipfwagen gesoffen. Das war schlecht. Auf Enter kann man nochmal neu starten. Ich muss ja echt irgendwie um die Kurve kommen. Das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott. Schade, wenn mein Erster ist, also vor ihm ist, dann kriegt man noch Gold. Aber ich kann das, finde ich wirklich gut. So, eine Strecke fahren wir noch. Mal sind wir sofort der Gold bekommen oder nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Und sieht auf jeden Fall interessant aus. Muss man dazu sagen. Ich würde sagen, wir starten dann mal. Yeah. Los geht's. Uh. Ne, ganz kleine Millisekunden schneller gewesen. Und Erster. Ne, das geht nur weiter. Verdammt. Ja, ich bin mal gespannt, ob es euch das Spiel anspricht oder nicht. Wow. Knapp schneller gewesen als er. Und da kriegen wir natürlich da Gold für. Sehr nice. Bin mal gespannt, ob euch das Spiel anspricht oder so. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja. Bye, bye.